Ja, vielen Dank, Herr Kollege Eikens. Und ansonsten mache ich es doch zusammenfassen, meine Damen und Herren. Das ist eine wichtige Tagung. Ich gratuliere den Veranstaltern dazu. Zur richtigen Zeit wird das Thema Bidiversität und Landwirtschaft thematisiert. Wir haben turbulente Debatten dazu in den letzten Wochen schon zahlreich geführt. Wir haben auch, Herr Kollege Eikens, letztendlich eine ganze Reihe Sachen vom Tisch gebracht, auf den Weg gebracht, indem wir zum Beispiel das Düngepaket nach vielen, vielen Diskussionen geschnürt haben und über alle parlamentarischen Hürden des Bundes und der Länder gebracht haben. Ich glaube, das kann man auch mal sagen, am Ende ist das ein Erfolg. Und deshalb haben wir auch bei allem Streit, den wir da zwischendrin auch zu hatten, allen, die sich beteiligt haben, dafür sehr herzlich gedankt. Für den Naturschutz ist die Frage der Landwirtschaft die essentielle Frage überhaupt. Wenn wir in der Landwirtschaft nicht erfolgreich sind mit dem Naturschutz, dann werden wir es insgesamt nicht sein. Das liegt schlicht und einfach daran, dass der größte Teil der Artenvielfalt auch durch die Entwicklung der Kulturlandschaft eben an die Agrarlandschaft gebunden ist. Es liegt daran, dass wir in diesem Bereich die größten und überproportionalen Artenverluste haben. Und letztendlich ist es verbunden mit der Tatsache, dass etwa die Hälfte der Fläche deutschlands landwirtschaftlich genutzt wird. Also wenn wir das da nicht lösen, dann werden wir es überhaupt nicht lösen. Das macht auch die Leidenschaft auf beiden Seiten aus. Denn natürlich ist es so, Mertelt unterschreibe ich ohne zu zögern, natürlich muss da auch Geld verdient werden. Und eine Landwirtschaft, die kein Geld verdient, die wird es nicht geben. Und da der Naturschutz mit einem Rückzug der Landwirtschaft aus der Fläche auch nicht gewinnen kann, müssen wir uns irgendwie zusammenraufen. Wir haben wichtige Ansatzpunkte. Sie haben einige natürlich in Ihrem Beitrag schon genannt. Es gibt keinen anderen Bereich, der neben dem Ordnungsrecht ein so üppiges Volumen an Mitteln, an öffentlichen Mitteln zur Verfügung hat. Ich weiß, dass das natürlich auch der Kern des Streites ist, aber fast 40 Prozent des EU-Haushaltes sind für die Landwirtschaft vorgesehen. Und diese Mittel, die stehen beispielsweise, wenn ich streitige Diskussionen mit der Stahlindustrie, mit dem Verkehrssektor oder wem auch immer habe, solche Mittel zur Gestaltung stehen in anderen Bereichen im vergleichbaren Umfang eben nicht zur Verfügung. Und jetzt sage ich sehr deutlich, und Sie haben ja verschiedene Stationen meines Berufslebens genannt, das habe ich auch schon als NABU-Präsident bei einer Bauernveranstaltung mit Freier von Ehremann vor vielen, vielen, vielen Jahren, wahrscheinlich sogar Jahrzehnten gesagt, der Naturschutz, der Umweltschutz steht an der Seite der Landwirtschaft, wenn es darum geht, innerhalb der EU, die Mittel grundsätzlich auch für die Landwirtschaft, ich sage auch für die ländlichen Räume, kommen da gleich nochmal drauf zurück, erhalten bleiben. Das heißt, wenn wir demnächst die mittelfristige Finanzplanung in der EU angehen, dann muss man ja auch schon mal gucken, wo sind eigentlich Freunde und Verbündete. Ich glaube, Umweltschutz und Landwirtschaft können hier zusammenstehen. Das werden schmerzhafte Verhandlungen sein, die uns bevorstehen, weil mit dem Brexit auch Geld fehlen wird. Die Dinge werden insgesamt neu sortiert und es gibt viele Ideen innerhalb der EU, die nichts mit Landwirtschaft zu tun haben und nebenbei auch nichts mit Naturschutz oder Umweltschutz zu tun haben, sondern die sagen, wir brauchen eigentlich neue Technologieoffensiven, wir brauchen neue Bildungsoffensiven, also wir brauchen eine neue Infrastrukturoffensive. Die Ansprüche in der Gesellschaft und in der Politik sind zahlreich und deshalb, glaube ich, lohnt es sich bei einem Streit auch zu sehen, wie kann man eigentlich das, was man gemeinsam an Überzeugungen hat, dann auch am Ende politisch wirkmächtig werden lassen. Und dass es darüber dann Diskussionen, auch Streit gibt, wie man das eigentlich am besten macht, das wissen wir. Wir haben zu Beginn des Jahres, Sie haben das erwähnt, einen Vorschlag vorgelegt, wie man über 2020, 2021 hinaus die Agrarförderung insgesamt neu gestalten kann. In unserem Vorschlag läuft das darauf hinaus, dass wir das Säulenmodell aufgeben, sicherlich nicht in einem Schritt, aber in mehreren Schritten dann dahin gelangen, dass tatsächlich die Mittel nur noch an öffentliche Leistungen gebunden werden. Das mag dem einen oder anderen nicht gefallen, das ist unser Angebot, das wir auf den Tisch gelegt haben, dass wir weiter diskutieren wollen und dass wir natürlich auch auf Herz und Nieren prüfen lassen müssen. Und eine der Fragen, die ich selbst bei uns im Haus und auch unseren Gutachtern gegenüber gestellt habe, geht das eigentlich mit schlanker Bürokratie? Wenn man unmittelbar an Leistung gebundene Zahlungen vornimmt, muss das ja jemand tun und es muss jemand prüfen. Und das ist also eine Herausforderung, die wir noch nicht endgültig gelöst haben, mit der wir uns beschäftigen müssen, dass dies dann auch ohne einen großen bürokratischen Aufwand gelingen kann. Wir sehen schon, dass es die Sorge gibt in der Landwirtschaft und Herr Alkenz und ich haben auch mehrfach darüber gesprochen, dass wenn man es öffnet über die Landwirtschaft hinaus und sagt, wir wollen auch die ländlichen Räume mit in den Blick nehmen, dass es viele gibt, die dann auch ganz gerne was von diesem Kuchen hätten und dass die Landwirte deshalb in Sorge sind. Bleibt denn dann für uns noch genügend übrig? Können wir damit die landwirtschaftlichen Einkommen sichern? Ich glaube, dass das gelingen kann, wenn man die Förderung wirklich sorgfältig auf die Leistungen abstimmt. Man muss auch sehen, dass für Leistungen, die erbracht werden, das reine Durchreichen an Verpächter nicht mehr so ohne weiteres möglich sein wird. Das heißt, da entsteht eine Rente, die verteilt werden kann im ländlichen Raum, sodass ich zuversichtlich bin, dass man bei ernsthafter Auseinandersetzung mit einem solchen Vorschlag gut vorankommen kann. Sie wissen, dass Bundesumweltministerin Hendricks sich eine Umschichtung der Mittel von der ersten in die zweiten Säule schon jetzt stärker wünscht. Wir haben darüber gesprochen. Der Bundesrat hat sich auf 6 Prozent verständigt, also 1,5 Prozentpunkte mehr, als wir im Augenblick haben. Wir als Umweltministerium haben immer mutig gesagt, wir wollen eigentlich in dieser Legislaturperiode schon die 15 Prozent, dann vereinbaren, dass uns das nicht gelingen würde. Da hatten wir eine vage Vermutung. Aber dass es jetzt auch die 6 Prozent nicht sein sollen, das ist schon eine Enttäuschung. Und ich hoffe, dass wir da das letzte Wort noch nicht gesprochen haben. Denn gerade wenn man in künftige Förderregime hineingehen will, ist es gut, wenn man sich schon mal ein Stück auf den Weg macht. Zum Schluss will ich noch etwas sagen zu Franz, logischerweise. Ich bin bei der Otto-Stiftung in den Geburtsstunden der Idee dabei gewesen. Basierend auf den Erfahrungen Großbritannien mit der Hauptfarm haben wir im Kuratorium der Otto-Stiftung überlegt, ist das nicht auch etwas, was wir in Deutschland machen können. Die ungute Analyse der Kolleginnen und Kollegen bei der Otto-Stiftung und derjenigen, die dazu gearbeitet haben, ist, dass wir im Grunde als Naturschützer, als Umweltschützer immer sagen, die zweite Säule, das ist doch eine tolle Sache und die müssen wir stärken. Aber bei genauer Betrachtung die Erfolge eben auch darüber sich nicht so eingestellt haben. Wir haben trotzdem die negativen Entwicklungen und da muss man natürlich auch selbstkritisch fragen, was machen wir eigentlich falsch oder andersherum, was können wir besser tun, um mit dem Geld, jetzt spreche ich mal über die zweite Säule, um mit dem Geld mehr Erfolge erzielen zu können. Und das war der Ausgangspunkt für Franz, eben nicht die Nischenbetriebe, nicht die Grenzertragsstandorte und nicht die Ökobetriebe, sondern konventionell wirtschaftende Betriebe in einem repräsentativen Schnitt, zehn Stück sind es jetzt, wenn ich es richtig sehe, verteilt über die Republik. Und hier wollen wir mal sehen, dass wir es ganz praktisch machen mit der Ausrichtung der Förderung. Was kann man alles tun, welche Maßnahmen wirken, welche haben in anderen Ländern, in anderen EU-Staaten schon gute Ergebnisse gebracht, was muss man bei uns anders machen. Ich will freimütig einräumen, dass das dann doch bei meiner zitierten Vita erstmal ein ziemlich großer Schritt ist, zu überlegen, will ich mich auf so etwas eigentlich einlassen. Ist wirklich das Feldlärchenfenster die Zukunft oder ist es die Rückkehr zum musealen Naturschutz der Vergangenheit? Dinge, die man ja mal reflektieren muss. Ich bin trotzdem froh, dass wir es auf den Weg gebracht haben, mit dem DBV zusammen, mit dem BML zusammen, unter der klugen Moderation der Michael-Otto-Stiftung. Und ich bin ganz gespannt auf die Ergebnisse. Vielen Dank.